hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge final fantasy 15 wir machen heute weiter mit der quest verfluchtes meisterwerk das gehörte zu den fotoaufgaben von wie da wollen wir jetzt mal schauen wir haben müssen hier anscheinend irgendwie einen kampf führen gegen kataranok oder so wie es heißt keine ahnung schauen wir uns einfach mal stufe 32 wir absorbieren auf jeden fall alles was geht das ist ja gut das ist voll und wollen wir doch gleich mal in unsere ausrüstung schauen okay blitzwehr ausgerüstet dann schauen wir noch mal weiter müssen wir hier runter das berühmte gemälde der laxmi finden ich schätze mal das wird vielleicht hier ist das gemälde könnte schon sein oder ist also die laxmi das bild ist ja riesig vorsicht nebel das ist der geist das foto Ob er das recht ist? Ehrlich? Jetzt mach schon. Fertig. Hatten Koto. Oh. Oh. Wir müssen mal schauen. Halt Gift. Gift ist es ja nicht. Das war der Echte. So. Da muss ich mal schauen. Halt Gift. Halt Gift. Ist immer noch ganz schwindelig. Die Verkunft eines Toxins. Wir sind gern. Mario. Los. Okay. Jetzt ganz schön in sich. Geben wir mal. Mühe ein. Scheint, als wenn ihr den Verstand verloren habt. Was treibt er da? Was ist denn mit dem Knopf? Mord. 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 Das warst dann wohl. Das geht schon bald. Das geht schon kurz. Bist du ok? Ja. Ja. Das geht schon so weiter. Ja. 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 Okay, die hält ganz schön viel aus, man. Okay, fast die Hälfte haben wir schon. Okay, wir können den Königshauffe hier einsetzen. Yo, Baby, Jagdziel erlegt. Kein Problem. Oh, das gibt richtig gut EP, muss ich sagen. Okay, einen informanten Bericht erstatten. So, dann gehen wir nochmal wieder zurück. Wir sind alle so schick angezogen und wir tragen nur ödes Schwarz. Ey, wie redest du über unsere exklusiven lutzischen Kampfuniformen? Es ist wirklich interessant, andere Kulturen kennenzulernen. So. Na, wie wär's mit einer Gondelfahrt? Schauen wir nochmal, wo das ist. Okay, ist der unten. Ja, klar, wollen wir mitfahren. Ja, mal hier bitte hin. Und einmal überspringen bitte. Brauchen wir uns jetzt nicht anschauen. So. Jetzt sind wir jetzt Rang 2, ey. Da können wir echt gut leveln eigentlich. Möchtet ihr vielleicht etwas essen? Ne, ich will noch einen Auftrag haben. Stellt eure Kraft, nicht euer Glück, auf die Probe. Okay. Viel Glück. Ah, jetzt muss ich da ja nur nachts erledigen. Okay. Bin ja noch dunkel, halt warten, ja. Morgen ist halt nachts. Also dann, hoffentlich läuft alles glatt. Jetzt muss ich aber mal schauen. Ist jetzt... Die erledigt? Ne. 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 Achso, ich müsste dann wieder zurück, praktisch. Okay, das machen wir jetzt aber nicht. Jetzt machen wir erst mal den blöden Auftrag. So, wo bist du? Du bist da oben. Alles klar. Dann wollen wir bitte einmal hierhin fahren. Und wir begeben uns direkt zum Ziel. Gondelfahren müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Ciao, ciao. Ach. So. Gedankenschinder. Es wird einmal hier rum sein, oder? Oder hier rum? Keine Ahnung. Hallo. Wohin soll es denn gehen? Ne. Hier kommen wir nicht rum. Dann müssten wir wahrscheinlich oben lang. Also Fall zeigt nach oben. Das heißt, es ist auf einer nächsten Ebene anscheinend. Gedankenschinder, die hören sich schon so komisch an. Unten werden sie rum kreuchen. Unten werden sie rum kreuchen. Und fleuchen. Aber erst will ich noch mal auf die Ausrüstung. Ah, haben wir sogar noch drin. Okay. Okay. Mal wieder klar, dass es wieder keinen Schaden macht. Okay. Okay. Okay, der Blitz ist aber nicht schlecht eigentlich. Ähm. Wir rüsten nochmal neu aus. Wir müssen auf Magie gehen. Was mache ich denn? Und zwar nimmer mal Eis. Dann müsse ich mir das. Das war's für heute. Alles klar. Ganz toll. Der ist immer noch sehr schwindelig. Vorsicht! Scheint, als hätte er den Verstand verloren. Hey, ist das denn jetzt so? Wie? Das ist schon so schön. Wie ist das denn so? Ja! Die sind so schön. Geht es? Ja! 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 Okay, einer ist gleich down. Ich bin dir was schuldig. Vorsicht! Mir sieht nicht besonders fit aus. Okay. Okay. Das ging doch. Sehr schön. Gehen wir mal wieder zurück. Was hat die hier schönes? Kaufen. Blutsauger. Den haben wir schon einmal. Donnerkeil. Drachenlanze. Delta-Dolche. 5000 Kühe. Den nehmen wir doch einmal. Danke. Du weißt ja, wo du mich fielst. Und dann rüsten wir den doch gleich mal aus. Ausrüstung für Prompto. Flammenwerfer. Okay, das macht auf jeden Fall viel mehr Schaden. Gladius hat, der hat einen Donnerkeil. Okay. Schauen wir doch mal, was die noch so hat. Kaufen. Die hat nur den Donnerkeil. Oh. Die hat natürlich viel besser, die Dolche. Komm, die kaufen wir auch einmal. Dann hat die auch ein bisschen bessere Waffe. Ausrüstung für Ignis. Nehmen wir einmal die hier. Jupp. Was hat er da? Gäer-Bolk. Gäer-Bolk. Hallöchen. 161. 161. Danke. Danke. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. Okay. Okay, das würde ich sagen, reicht jetzt aber. Wenn ich so viel kaufe, dieser Wahnsinn. Aber das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, dass wir noch so ein paar Aufträge machen werden. Wo bin ich jetzt überhaupt? Na, hier müssen wir, glaube ich, runter. Weil wir da echt gut, glaube ich, EP farmen können. Und wir machen hier gut Geld. Ich bin in den Kreis gelaufen. Ich dreh durch. Ich muss hier runter, oder? Wollt ihr zur Gondel? Oh, nee, oder? Ey. Haben wir komplett falsch gelaufen? Hier muss ich zu dem anderen Anliegeplatz. Zu dem da hinten müssen wir. Offenbar, das ist jetzt auch da. Du, Ignis, Essen ist doch besser als in jedem Restaurant, oder? So, wir wollen bitte einmal hierher. Mag sein? Doch, ganz bestimmt. Ich finde jetzt nichts Besonderes daran. Und überspringen einmal. Viel Spaß. Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen. Ja. Oh, willkommen. Es scheint, als wäre eure Jagd von Erfolg gekrönt. Klar. Also, wir nehmen natürlich... Ihr sucht eine Herausforderung, wie? Nachts ist eh schon gut. Äh... Nachts, nachts. Es ist eh alles nachts. Machen wir das gleich. Unkraut vergeht nicht. Denk dran, immer schön zusammenarbeiten. Okay, damit würde ich sagen, machen wir jetzt aber schon einen Cut an dieser Stelle. Ich mache noch ein paar Jagdaufträge nebenbei. Wir werden mein Level natürlich ein bisschen pushen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und schauen uns dann an, wie es mit wie weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ein Kommentar oder auch ein Abo. Wie ihr Lust und Laune habt, Leute. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.